Ich könnte natürlich auch... Ne, könnte ich nicht. Ach man, jetzt hänge ich hier schon wieder fest. Nein, 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 das geht nicht. Warum fährt die Plattform nicht ein Stückchen höher? Ganz kleines bisschen höher. Ne, das geht nicht. Nö. Ich habe auch das Gefühl, die sind zu hoch. Obwohl es so aussieht, als wäre es die einzige Möglichkeit. Ich probiere es mal... Moment. Ich probiere es mal so. Nein, also von hier komme ich definitiv nicht hoch. Und hier ist es natürlich schwer im richtigen Moment. Ne. Ne. Hm, ich glaube... Ich glaube, ich glaube, ich mache an dieser Stelle einen Cut. Weil ich auch gerade echt nicht weiß, wie es geht. Also wenn man weiß, wie es geht und dann nur noch ausprobieren muss, dann ist es ja okay. Aber ich habe gerade so gar keine Ahnung. Nee, echt... Oh nein, jetzt falle ich auch noch da rein. Okay. Na, komm. Bis zu der Stelle spielen wir nochmal. Vielleicht fällt mir was Gloreiches ein. So, wie war... Ah, so war das. Okay. So. Und so. Die stellen wir hier hin. Die nehmen wir mit. Wow, in eins durchgekommen. Ja. Hm. Ja. Ja. Aber. Ich muss logischerweise... Pass mal auf. Ich überlege gerade mal. Logischerweise muss ich ja die Laterne mitnehmen. Damit sie mir hier hinten das Licht für die nächsten Stäbe, Blockaden, whatever macht. Das heißt, ich muss... Ich muss die Lampe mitnehmen. Oh mein Gott. Nee, Leute. Ich mache an der Stelle einen Cut. Ich hoffe, das ist okay. Weil ich gerade ein bisschen ausprobieren muss. Ich bin ein wenig ratlos. Nope. Also, wir sehen uns dann gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Und ich muss gestehen, ich habe jetzt super, super lange rumprobiert. Weil ich einfach nicht irgendwie auf eine Idee gekommen bin, bis mir dann erstmal aufgefallen ist, dass wir gar nicht genug Licht hatten, um hier alle Balken zu beleuchten. Ja, und jetzt bin ich nochmal zurückgegangen und habe die nächste Lampe geholt. Also jetzt beide. Das war hier vorne so ein bisschen hin und her, aber jetzt auch nicht wirklich schwer oder ähnliches. Von daher ist es hoffentlich okay, dass ich jetzt hier wieder ansetze. Ich habe auch echt ein paar Versuche gebraucht. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie ich die hier einigermaßen schlau aufstelle. So. Da hätten wir noch ein Stück. Ich mache das mal so. Und eventuell die hier. Ah, das könnte passen. Dann schauen wir doch mal. Hepp und hepp. Ah, da oben ist ein Sammelobjekt. Okay, kommen wir später hin. Und endlich ein Speicherpunkt. Ich bin sehr froh darüber. Okay, mal wieder zwei Lampen, die wir auch wahrscheinlich beide brauchen, oder? Wow. Einfach mal mit in die Tiefe gestürzt. Ich könnte mir auch erstmal anschauen, was hier vorne rechts so ist, ne? Okay, hier geht es runter. Da geht es runter. Ich schaue erstmal. Okay. Gut, der wird dann höchstwahrscheinlich irgendwie nach oben fahren. Und hier kreisen die Schmetterlinge. Glühwimmchen? Ne, ich glaube es waren Schmetterlinge. Okay. Klappt das, wenn ich hoch springe? Sehr gut. Aber die andere werden wir höchstwahrscheinlich auch brauchen. Ist da... Äh, kommt die Lava höher? Ne, ne, das sieht nur so aus. Nein! Und ich fall auch noch total rein. So, wie hab ich das jetzt gerade hier gemacht? Ich bin gesprungen. Ich stelle die erstmal hier hin. Dann hole ich mir die. Ach man, da wurde ich gerade unterbrochen. So. Also. Hier mal eine hin. Einfach mal so, um zu schauen. Ja, einfach mal um so zu schauen. Und nun? Und nun? Au! Das war eine sehr blöde Idee. Zack. Holen wir uns die. Und die andere auch. Und dann muss ich mal überlegen. So, jetzt haben wir unten Lava. Jetzt nicht. Moment. Wenn wir die... Wenn wir die mal beide ganz weit weg stellen... So, so ist alles normal. So ist alles hell. Wie stelle ich die Lampen am besten hin? Gut, nach unten. Das kann ich jetzt knicken. Jetzt steht sie da. Ah, ich könnte ja mal versuchen. Moment. Die... Oh, oh. Die... Ist sie jetzt verschwunden? Ja, ne? Ach klar. Die verschwindet in der Lava. Na gut. So. Das bringt uns ja alles gar nichts. Und damit rüberspringen ist ja totaler Quatsch. Und die hier irgendwo hinstellen geht nicht wegen der Lava. Nö. Das ergibt wenig Sinn. Nee, nee. Ähm. Ja. Also. Hier hoch. Da hoch. So passiert nichts. Aber hier müssen doch noch irgendwo... Obwohl... Moment. Ah, jetzt verschwindet die ja dann gleich wieder. Mist. Na, komm. Nimm mal auf. Ich stelle die nochmal ganz oben hin. So. Das hier muss irgendwie nach oben fahren. Aber dafür muss es doch... ...einen Mechanismus geben. Oder nicht? Da muss doch irgendwo ein Zahnrad sein. Jetzt haben wir da oben die Lava. Au. Jetzt bin ich in... Ah. Habt ihr es gesehen? Unten ist ein Mechanismus. Wow. Nein. Nein. Unten war ein Mechanismus. Okay. Die Frage ist... ...wenn ich den mit dem roten Licht aktiviere... ...dann ist das ganz schön doof. Wo genau war der? Ich glaube hier irgendwo, ne? Da unten. Tut sich da denn irgendwas? Jetzt fällt die erstmal runter. Also, Moment. Ich brauche beide Laternen. Die stelle ich mal eben da hin. So. Jetzt gehen wir nach unten. Stellen die hier hin. Ich hab' den Mechanismus gerade gehört. Ach so. Ne, dann... Ah, dann kommt ja die Lava nach oben. Das ist ja totaler Quatsch, was ich hier mache. Ah. Ah. Es kann so einfach sein. Ja, es kann so einfach sein. Na toll. Und hier brauchen wir natürlich die zweite Laterne, ne? Na klar. Okay. Gut. Ich weiß jetzt nur nicht... ...wie ich mit der zweiten Laterne da runterkomme. Ui, das ist ein bisschen knapp. Vielleicht sollte ich die doch lieber hier hinstellen. So. Ah, Mann! Mann, oh! Das gibt's doch nicht. Also. Laterne Nummer 1. Laterne Nummer 2. So. Licht anmachen. Runter. Hier hinstellen. Wie hab ich das gerade gemacht? Was? Wie hab ich das denn gerade gemacht? Also. Ich... Oh, Mann! Jetzt bin ich unkonzentriert. So. Laterne Nummer 1. Habe ich gerade hier unten hingestellt. Wenn ich jetzt weiter nach oben gehe, ist die Laterne weg. Ich hab keine Ahnung, wie ich das gerade hier vollbracht habe. Aber es ist auch egal. Moment. Moment. Da ist der Mechanismus. Leute, es tut mir leid. Ich hab keinen Plan, wie ich das gerade hier richtig hinbekommen hab. Ich hol erstmal die hier noch runter. So. Ich konnte doch gerade... Moment. Ich krieg's nicht mehr hin. Ah, das frustriert mich gerade. Ich hatte es doch fast. Ich hätte nur noch die blöde zweite Lampe gebraucht. Ich muss die... Moment. Ich stell erstmal die hier ein wenig weiter weg. Und jetzt nehme ich die. Ich hab keinen Plan, wie ich das gerade gemacht hab, Leute. Echt nicht. Ich hab die hingestellt. So. So. Okay. Ja, aber jetzt ist sie... Das heißt, ich muss ja... Versteht ihr, was ich meine? Ihr seht's ja, ne? Ich muss die Lampe vorher... ...irgendwie runterbringen. Und das funktioniert nicht, weil nämlich jetzt da dann die Lava kommt. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ja, gut. Wenigstens wissen wir rein theoretisch... ...wie es funktionieren könnte. Beziehungsweise was zu tun ist. Mann, wie mach ich das? Ich sag jetzt gerade gar nichts. Weil ich es irgendwie doof finde von mir, dass ich das nicht schaffe. So. So. Da ist die Lava. Okay. Ja, schön. Mann. Ich kann den... Ich kann den ja aber auch nirgendwo hinstellen. Also die Laterne links. Die kann ich ja auch vorher nirgendwo platzieren, weil der überall Lava ist. Oh Mensch. Ne, je näher ich in die Richtung komme... Zack. Und jetzt ist die da unten weg. Oh, das darf nicht wahr sein. Echt nicht. Ist das die Stelle, an der viele von euch nicht weitergekommen sind? Ich hab nämlich in den Kommentaren gelesen, dass da wohl einige im Abgrund, und da sind wir ja jetzt, nicht weitergekommen sind. Und... Zack. Das war's. Oh, Mensch. Ey. Die ganze Folge ein Rätsel. Ach. Doof. Unkonzentriert. Also ich hab das... Im Laufe des Let's Plays jetzt... Oh. Schon gemerkt. Ich kann das auch nicht lange am Stück spielen. Ich werd sowas von unkonzentriert. Was eigentlich nicht unbedingt immer bei mir so ist, aber irgendwie hier nach einer Zeit, so nach 40 Minuten, seh ich dann schon nix mehr. Bin einfach nur blöd. Okay. Okay. Ja. Das bringt mir auch gar nichts. Das wird nicht gehen. Nein! Das geht nicht. Oh, Mann. Oh, ho. Letzter Versuch, Leute. Dann ist Schluss für mich gerade. Ja. Ich kann die ja nirgendwo hinstellen. Die wird ja überall... Nö. Nö. Weiter nach oben kann ich dann nicht. Was ist hier? Okay. 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 Da fällt... Okay. Da fällt sie nicht in die Lava. Okay. Okay. Was ist, wenn ich jetzt... Ah. Ah. Okay. Okay. Nein! Oh. Ne. Doch. Es hat geklappt. Es hat geklappt, Leute. Oh, mein Gott. Ist ja unfassbar. Ja. Und nun? Nein! Nein! Was tue ich hier? Das gibt's doch nicht. Wo habe ich die abgestellt? Ich glaube, auf dem, oder? So. 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 Okay. Okay, nochmal. Pass mal auf. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Nee, das ist ja... Das ist ja Quatsch. Das bleibt ja nicht oben. Zurück gehen. Also rüberspringen. Rüberspringen. Moment. Eben überlegen. Rüberspringen. Dann ist die andere weg. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ah, Mist. So. Die hier hin. Nein! Die mitnehmen. So. 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 Und so. Ist die weg? Und hier ist immer noch... Ah! Ich habe eine Idee. Das wird jetzt wirklich der letzte Versuch. Wenn es nicht klappt, dann heißt es für mich Aufnahmepause. Ach nee, Moment. Die stelle ich direkt mal... ...hier hin. Ah. So. Dann schnappe ich mir die. Ich habe jetzt noch eine Idee. Ich weiß nicht, ob sie gut ist, ob sie funktionieren wird. Oh, meine Güte. Meine Güte. Warum? Jetzt ist alles nochmal neu hier. So. Die dahin. Oh. Jetzt habe ich da unten kein Licht. Ich glaube es nicht. Ich lasse mich jetzt noch einmal töten. Ich habe jetzt eine Idee. Die möchte ich wenigstens nochmal ausprobieren. Wenn es dann nicht klappt... Ja. Pech gehabt. So. Und wieder zurück. Und die hier holen. Wie habe ich das jetzt gerade gemacht? Ist sie wieder weg? Nee. Okay. Ah, jetzt ist sie... Ich kriege... Ich kriege den Rappel, Leute. Wirklich. Ich kriege echt einen Rappel. Jetzt ist hier wieder nichts. Jetzt ist es tatsächlich der letzte Versuch. Egal, wo ich jetzt sterbe. Ich mache da eine Pause. Ah. Boah. Das ist jetzt gerade hart an meiner Frustrationsgrenze hier. Aber mächtig. Ich möchte das wenigstens nochmal umsetzen, was ich mir jetzt hier gerade so schlau zurechtgelegt habe. Zumindest bilde ich mir ein, dass es ganz schlau ist. So. Komm, 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 komm. Durch. Okay. Okay, okay, okay. Es ist nicht schlau, was ich mir zurechtgelegt habe. Es ist einfach nur dumm. Es ist einfach nur dumm. Befürchte ich. Ich stelle das mal eben hier hin. Jetzt ist sie weg. Vermutlich hätte ich sie hier irgendwo hinstellen sollen, dann das Licht komplett ausmachen und dann wäre das hier hochgegangen. Ich probiere es in der nächsten Folge wieder. Sorry, Leute. Aber so ist es halt. Tschüss. grandiose. Untertitelung des ZDF, 2020